Wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geister, Jäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst ein Hohn platzt. Ha, 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 sie ist so bescheuert. Die folgende Sendung, Geistjäger, wird Ihnen präsentiert von Kreis Industries' neuem, 100% künstlichen, aus Polyester gewonnenem Sauerkraut. Wow, Kreis Industries hat was Neues am Start. Künstliches Sauerkraut ohne natürliche Inhaltsstoffe. Hui, genau, mein Ding. Schmeckt ja geradezu widerlich, aber es hat einen nützlichen Effekt. Denn jetzt rieche ich nicht mehr nach Boy, sondern nach altem Mann. Ein wenig Moschus noch von Pater Johnson klauen und schon kann ich endlich einen angenehmen Waldspaziergang machen, ohne dauernd belästigt zu werden. Danke, Schö, Kreis Industries, mit dem neuen künstlichen, unnatürlichen Sauerkraut. Hm, Polyester-Geschmack. Wow, ist nicht richtig, sowas zu essen. Ich weiß gar nicht, ob der Körper sowas verdauen kann, Polyester. Ja, aber es geht ja um den positiven Effekt, weißt du, so, ob ich mir jetzt in die Abnehmung mit reiner Haut riechen. Also, es gibt durchaus solche Leute. Boah, kennst du diesen Schweißgeruch, der sich mischt mit Aftershave? Äh, nee, weil ich keinen Aftershave verwende. Ich auch nicht. Komisch, ne? Voll, ich, stirbt das aus, so? Nee, es gibt voll viele, die verwenden Aftershave. Besonders so, jeden. Ich benutze ewig nicht. Also, ja, ich hab's in jungen, ja, ja, genau. Wenn du ein Macker bist, ja, wenn du ein Macker bist, halt. Das ist so ein Macker-Duft. Als ich ein Macker sein wollte, aber... Als, während meiner Macker-Phase, hab ich sehr viel Aftershave verwendet. In meiner Macker-Damia-Phase damals. Macker-Sim-Damia, das war ja so eine Phase, ne? In meiner Macker-Sim-Damia-Phase. Als ich, als ich noch sehr berühmt war im Herrenclub Süd. So, was hast du gerade dabei? Eine Kamera oder EMF? Wuppelmann, Wuppelmann. Aber das jetzt ist... Das jetzt ist cool. Nix, Bubbel. Ich bin da oben im Schilder-Zimmer. Ja, ich hab Strom angemacht. Nee, nix. Stirbt Aftershave? Ich mein, früher war das ja auch so, oder ist das... Ich mein, weiß ich nicht, müsste man jetzt eine Umfrage machen. Ist das für Frauen noch attraktiv, oder ist das eher so dieses... Früher standen die Frauen auf diesen Moschus-Duft, ne? Männlich Moschus. Ja, aber ist das heutzutage noch so, ne? Oder wollen sie eher so dieses, ha, mehr so Parfüm, ne? Gibt's ja... Ich kannte zwei Frauen, und das fand ich irgendwie immer verstörend. Die fanden so Parfums ziemlich geil, so Männerparfums, und haben immer gesagt, es erinnert mich an meinen Vater. Da hab ich immer so... Ah... Ha! Okay. Okay. Okay, ich benutze halt... Also ich hab... Weiß ich nicht. Ich hab so viel Parfüm hier stehen, wenn man das mal irgendwie geschenkt kriegt, oder so. Ich verwende gar kein Parfüm mehr. Früher... Ich auch nicht, oder? Früher hab ich das aber jetzt... Oh! War da was? Nee, es war da ein Übergewicht. Das Echtste, der... Ja, das... Das verwende ich häufig. Ich verwende nur noch... Übergewicht. Guck mal, hier liegt ein Totenschädel rum. Auf der Treppe. Treppeschädel. Alter! Oh, hier! Hier war was, oder? Ich hab hier auf der Treppe hier einen Dreier irgendwie, aber... Kommt der jetzt von unten? Ich weiß es nicht. Prinz 3 Trepp. Der war hier auf der Treppe beim... Direkt beim Schädel. Profis wüssten jetzt... Ah, das ist der Geist. Der nicht weit von seinem Totenort. Genau, direkt am Schädel. Aber gutes Wetter heute hier am Leuchtturm, muss man ja sagen. Ein bisschen... Ist klar, ne? Hier ist auch ne blaue Stufe. Eine blaue Stufe. Ah, ne, das... Hä? Das ist so ne... So ne Spritzfolie. Rai, jetzt ist er hier unten. Boah, der macht aber den Singsang. War früher in der Piratenoper. Der Singsang des liebessüchtigen Captains. Tja. Der alte Krantelbad, du, ne? Der alte Krantelbad, du... Der alte Krippwort. Oh, ein alter Meeresstecher gewesen, du, ne? Ein schöner kleiner Meeresstecher, riech' ich ins Meer geknackt. Jo, klar. Der hat immer auf der Suche nach der Perle, ne? So sein Leben lang, ja. Der hat so'n eigenen Sauerteig gemacht, hab' ich gehört. Aber schön in den Achseln gerollt, du, ne? Die Kugel immer... Immer länger auch aufbewahrt und so. Der hatte da so'n richtiger... Jo, war so'n Familiending, hat er gemeint. Der Familienteig, du, ne? Der hat schon den Großvater gerollt, du. Der ist schon bei Oma unter den Armen... gedeiht. Ja, da hat er richtig Blasen geworfen. Kam richtig Sauerstoff mit rein, ne? Oh, der hat das immer schöne Sauermolasse. Und was macht denn der Geist, wenn ich mal die Glocke leute, du? Nix. Aber er hatte schon ein bisschen Activity. Boah, und gelutscht hat er enorm, ne? Der lutscht, der lutscht. Der macht einen auf. Ich sag, du sag. Ich sag Baba, du sagst Auge. Ich sag Baba, du sagst Schlabba. IMF haben wir oben drin liegen, ne? Neh, nehm ich jetzt Temperatur mit. Ich hab'n Dotsen. Dotsen dabei. Es ist halt wirklich nervig, diese Karte, weil du immer hochlatschen musst, ne? Naja, Treppen halt. Und dann mit meiner Geisterjäger-Lunge, ne? Naja, und dann zwei Jahre da so entwickeln hier. Oh, guck mal, da hängen wir noch hier. Die Map ist doch eigentlich fertig. Ne, da musst du noch ein Buch ins Regal. Und dafür brauch' ich noch einen halben Monat. Ja, du, da brauch' ich noch zwei Wochen für, du. Und hier so'n Dings, ne? Hier. So'n Steuerrad von dem alten Boot, du. Das hängt sich nicht von alleine auf. Innenaustadde. Ja. Ja. Es wär' so geil, wenn's hier noch so Aufputschpillen gäb, ne? Ja, ja, ja. So wie beim Ghost-Watcher-Game. Einfach irgendwelche... Ja, so Adrenalin, ey. Das ist halt so'n bisschen schneller die Treppe hochkommt. Du musst halt schnell den Skrotum reinjagen. Wie ich das kurz mal... Ist jetzt erstmal wieder runter? Ey, das ist echt ein ewiger Weg, ne? Ja. It's a long way to the top. Nee, ist 18 Grad in der Putze, ne? Das ist also... Das ist ne Schwitzputze, ja. Ja, der richtige Sauna-Turm. Richtig oben auf'n Dampfkessel, du. Aber vielleicht ist er auch weggewandert. Weiß man ja gar nicht, ne? So, ich bin wieder unten beim Kinderleuchtturm. Du musst erst mal das ganze Equipment hochschleppen kannst ja, ne? So Rucksack gibt's ja nicht. Nee, Alter. Das ist aber auch gegen die offiziellen Statuten der Geisterjäger. Ja, ja, ja. Sie sind Geisterjäger. Ja, was wollen Sie denn mit diesem Rucksack? Jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen, oder? Ja, aber ich muss doch mein Equipment reintragen. Ja, da läuft man mehrmals. Das ist, äh... Kannst du immer nur drei Sachen mitnehmen? Das ist kein klassisches Geisterjägerverhalten. Henriette, glaubst du, der ist seriös? Ich weiß ja nicht. Der hat nen Rucksack auf. Ja, der hat nen Rucksack dabei, du. Der kannst du immer vergessen. Ja. Dann müssen wir mal jemanden anrufen, du. Hier, den einarmigen Hansi. Den einarmigen, einhudrigen Hansi. Ich bin schon wieder... Du kannst doch wirklich nur zwei mal reinrennen, ne? Dann bist du leer gelutscht. Alter, die haben aber wirklich die Muscheln vom Bug geleckt. Alter, ich hab vorhin Pillen genommen, bevor ich hoch bin, ey. Gibt's ja nicht. Noch mal Bewegungsmelder rein, weil ich einfach wissen will, ob der noch da oben überhaupt ist. Weißt du? Woher soll ich mal wissen, ob der da noch umrennt? Ich hab jetzt auch hier die Prima Vista Sport Pillen genommen. Aber schön auf Futura Classic, ne? Hast du das Buch nicht mitgenommen? Warum liegt das hier am Sand? Hä? Ja, das hab ich... Hä? Ich hab jetzt gerade drauf geguckt und hatte das Gefühl, aber es kann auch mal eine Lampe gewesen sein, dass ich im Augenblick etwas gesehen hätte, aber... ...auf dem Bildschirm, aber weiß ich nicht. Kann auch wieder so ein... Flächendeckenderer Düts. Irgendwas macht hier böse Geräusche da oben. Wo bist du? Läuft sie gerade rum? Nein. Ich bin unten noch im Wagen und guck auf die Kamera. Schritte gehört. Oh, hier hab ich Mund. Jetzt ist er irgendwie weiter oben. Wo ist das Thermometer? Und da hab ich keinen Mund mehr. Liegt ein Gefühl da hinten rum. 3,6. 3,9. Ist er da irgendwie auf der Treppe verglitscht oder so? Warum mal einen Bewegungsmelder rein? Da, wo ich im Mund hab. Ja. Da ist er durchgelaufen. Durch nen Bewegungsmelder oder durch die Dots? Durch nen Bewegungsmelder. Ich nehm mal einen Dots mit hoch. Ich nehm mal einen Dots mit hoch. Okay. Dann brauch ich meine Kamera nicht mehr reinschleppen. Hier 3 in der Ecke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ist da oben in der Ecke. Und hat eben gerade richtig den Spooky Dooky gemacht. Okay, die ist weiter oben. Ja, die läuft ja auch durch die... Macht die gleich ne Jagd? Ne, aber ist aktiv. 6. Und Wertezeuge eines Geisterheignisses haben wir auch jetzt. Boah, die ist ganz schön hasserfüllt da oben. Ah, wir haben auch keine Pillen mehr, ne? Wir haben gar keinen Hinweis. Nichts. Nothing. Nada. Niente. Boah, sie ist auf jeden Fall eine Ebene weiter oben bei so ner Kiste, die in so nen Dead End verläuft. Ja, sie läuft durch den Bewegungsmelder. Ja, sie macht ein bisschen Disco-Dancing, hat gesagt, oh, ich hatte jetzt neulich hier eine Straffung, ne? Und will das auch ein bisschen zeigen. Boah, die läuft da oben richtig viel durch. Aber nix Dots. Hast du ein Kreuz dabei? Ich hatte unten eins hingelegt. Der legt ganz oben hin, wo der Bewegungsmelder ist. Das war halt auch wieder nur ein M-Fil-3. Der ist irgendwie ein Radio oder so angegangen. Ich kann das Kreuz nicht aufheben so. Alright. Oh, da waren aber Dots. Ja? Ja, da waren definitiv Dots. Oben? Ja, ja. Oben. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Was ist für Geräusch? Hier, Gas läuft hier aus. Da war Gas, die Flasche offen. Wo bist du? Keine Schritte. Bist du ein Kind? Ich hab mich irgendwas geworfen. 2,8 Temperatur. Bist du hier? 2,2. Ja, aber keine Schritte. So, da ja Dots und wie heftig. Ja, ja. Was war das? Eben gerade war ein kurzer Amph. Ja, aber nur 3. Oh. Kreuz verbrannt? Ja, Kreuz verbrannt. Ich geh mal raus, damit du mit dir reden kannst. Ah, ich war schon ziemlich runtergelutscht. Ich bin mit 48 oder sowas da rein. Aber Ultraviolett können wir streichen. Hier ist ein Vierer in der Ecke, aber... Ich geh raus, mach keinen Schmaus. Oh, doch nicht. War kein Hunt, war nur ein Event. So, jetzt rede mit ihr. Jetzt bin ich draußen erst. Wo bist du? Brauchst du Hilfe? Bist du ein Kind? Bist du alt? Boah, sie hat das Kreuz jetzt schon zweimal geburnt. Ich geh lieber runter. Hm. Ah, die eine Kamera hat sich umgestoßen. Hm. Sie hat auf jeden Fall heftige Dots. Sie ist richtig am abdotten. Was denkst du, was das sein könnte? Ich weiß es nicht. Geisterob haben wir nicht gesehen. Gefriertemperatur war es auch nicht. Vielleicht ein Deogener. Oder ein Gespenst. Aber ein Gespenst. Äh, warte mal. Ah, die Gespenst haben Angst vor Salz. Was? Deogener? Ähm, was war denn? Geisterbox, Geisterbuch, Dots wär das. Hm. Revenant? Revenant? Nee. Ähm. Nein, Shade auf keinen Fall. Dämon auch nicht. Ich würd's vielleicht so auf den Deogen tippen. Soll ich nochmal rein mit nem Kreuz auf YOLO? Boah, musst du wissen, ey. Hier komm ich ja. Vielleicht ein Yo-Kai. Guck, ob er hantet. So, vier Aktivität. Zehn hantet. Immer noch zehn? Ja. Raschelt auch ordentlich ab. Hantet immer noch. Hört nicht mehr auf, alter. Jetzt aufgehört. Oh, ich muss das Kreuz noch nach oben bringen. Ich will gucken, ob es im Buch steht. Aber Deogen, guck mal, du kannst dir von, von, davon laufen, aber nicht verstecken. Hantet schon wieder, oder? Nee. Ich hab voll die gruseligen Geräusche gehört. Achte darauf, ob er hantet. Dass ich dann direkt runter renne. Ja, er macht da oben voll die spooky Geräusche. Ja, bist noch auf null jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vorbei? Nein. Jetzt. Vorbei? Okay. Ja. Sind Deogene schnell? Nee, aber Deogene steht auch, du kannst nicht verstecken und Deogene sind sehr langsam, steht hier. Ich weiß nicht, für mich riecht es so ein bisschen nach Yokai. Was wär denn Yokai? Yokai ist möglichst nicht, wenn man spricht. Yokai. Einmal das Kreuz wieder angesenkt. Buch? Nee, doch nicht. Das wär Buch. Irgendwas hab ich kratzen gehört. Was war das kratzen eben? Yokai wäre Orb und Box noch. Soll hier ein Orb sein? Weiß ich nicht, jetzt hat er eine Kamera umgeschmissen da hinten. 1,5 Temperatur. 2,9. Das ist ein Kreuz da liegen, dann nimm nochmal das Sprechmaniore und sprech mal. Da war ein Orb, ich hab mal Orb gesehen. Wo bist du? Was willst du? Bist du ein Kind? Wo bist du? Was willst du? Boah, was für ne Nummer. Nächste Hand abgewehrt, das war's jetzt. Aber es wird nicht... 3,0 ne, Temperatur krieg ich nicht. Geh einfach raus. Ultraviolett hat er auch nicht. Geh jetzt raus, ja? Ja, würd ich machen, oder? Strom ausgemacht. Ja. 1,5 hatte ich noch, Temperatur. Mies, mies, mies da oben. Mies, mies, mies. Ja, weiß ich nicht. Ich hab vorhin schon bei den Dots und so, hab ich so ein bisschen Yokai-Feeling gehabt. Muss man es jetzt geraten. Okay, warte mal. Also, Beweise. Wir haben 100% hast'n Orb gesehen. Ich denke schon. Also hier ist gerade einer links das Bild geflogen. Guck mal, jetzt greift sie da oben sogar an. Die macht ne Hand. Und geht nach oben. Geht die Treppe rauf. Ja, wahrscheinlich weiß sie nicht, wie sie mich da verfolgen soll. Ich glaub das überfordert die KI. Jetzt rennt sie runter, die Treppen. Also die ersten Treppen. Garantiert nicht gesprochen. Ultraviolett hatten wir auch nicht. Ich sag Taille. Du musst auch raten. Ich sag Taille. Also 100% ein Orb, ja? Ich würde sagen ja. Also ich hab hier links was fürs Bild fliegen sehen. Du kannst die Kamera drehen, ne? Das weißt du. Ja, ja. Er ist nicht mehr da. Er war vorhin einmal hier an der Seite von der Kiste entlang, hab ich ein Orb gesehen. Könnte auch mal eine Taschenlampe gewesen sein, aber ich glaub es war ein Orb. Da hab ich noch eine andere Kamera, die ein Bär zeigt. Vielleicht schwebt er irgendwie draußen am Haus rum oder so. Na gut. Wir raten. Wir haben null Sanity. Wir haben eine Taille genommen. Wenn da wirklich ein Orb war, würde ich sagen, das Geisterbuch ist das letzte was fehlt oder so. Ist der Orb auch oben? Er war ja nicht eins noch weiter oben. Yo-Kai! Ja, ich sag doch die Yo-Kai-Weibs! Da waren sie! Was wäre da noch gewesen? Was wäre Yo-Kai? Sprechen. Orpen und Sprechen, ja. Hab nicht getalkt. Wie viel hast du bekommen? 900, ne noch mehr sogar. Boah, 1025. Alter. Alter, ich hab gar nichts bekommen. Wir haben sie abgezogen. Ja. Ja, ja, ja. Na gut Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen. Und... Tschö! Yo-Kai!